Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Dienstag, heute ist der 16.11.2021, es ist 8.36 Uhr und in 24 Minuten geht der Tag 2 meiner iRap-Schulung weiter. Tag 1 gestern von 9 bis 17 Uhr war gut, hat Spaß gemacht, war nicht unspannend. Hier und da habe ich vielleicht ein paar Sachen schon gewusst oder erahnt zumindest. Und heute geht es weiter und morgen dann auch nochmal. Was ein bisschen so den Stress, den Druck oder die Aufregung rausnimmt, ist, dass die Prüfung gar nicht Teil der Schulung ist. Also nicht wie bei iRap, bei iRap war es, nicht bei iRap, wir sind bei iRap, bei ITIL, ITIL Foundation und DSV, Drive Stake Holder Value, war das ja mal so, dass wir drei Tage Schulung hatten und am letzten Tag dann noch den Test hinterher geknallt haben. Das ist ja nicht so. Hier kann man das dann unabhängig voneinander nochmal extra einen Zeitslot buchen. Und der Schulungsapparat, der uns das Wissen vermittelt, der prüft das nicht ab, sondern das macht jemand anders. Ja, Schulung soweit okay, läuft alles, die Zeit geht gut rum, nicht zu schnell, nicht zu langsam. Die Leute sind in Ordnung soweit, es sind 14 Teilnehmer, also selbst der Trainer meinte, das ist echt viel. 10 war so sein Maximum bisher, jetzt sind es halt 14 und online ist halt irgendwann, weiß ich nicht, die Eintrittsschwelle dann immer, wie soll ich sagen, man muss nicht reisen, man braucht keine Unterkunft. Das macht das vielleicht ein bisschen zugänglicher und als Alternative zur Präsenzschulung vielleicht auch nicht verkehrt. Ja, ansonsten, gestern, wir waren im Kino, wir haben Carnage geguckt, also Venom 2 und Jermaine war dabei, der Benni war dabei und der Leon. Ich habe mich sehr gefreut, die Leute mal wiederzusehen, vor allen Dingen den Leon und ja, war schön. Das Kino ist nicht mehr so schön, haben wir ja beim James Bond gucken schon festgestellt, vor vier Wochen oder so oder ein bisschen länger, dass das schon ein bisschen runtergekommen ist, wenn man sich so die Klos anschaut oder das Kino als solches irgendwie an der Decke klebt, Popcorn, die Leinwände sind sehr klein. Wenn man eine Weile jetzt im UCI Lux war, dann ist man da schon so ein bisschen ernüchtert, dass das halt ein bisschen stehen geblieben ist, technisch und auch reinigungstechnisch, glaube ich. Naja, aber für 5,99 pro Karte kannst du jetzt nicht meckern. Wir werden auf jeden Fall mal für nächstes Jahr, nein, für nächste Vorstellung, was vielleicht Eternals sein wird, ins UCI Lux gehen. Das hilft auch Jermaine, der hat ja da seine Jahreskarte und da gehen die Preise zwar ein bisschen hoch, da geht es bei 9,50 los und dann gibt es noch ein paar Zuschläge. 3D-Zuschlag, Filmlink-Zuschlag, Preisklasse 1-Zuschlag und blablabla. Dann bist du irgendwie bei 15 oder 17 Euro, je nachdem zu welcher Tageszeit und zu welchem Wochentag du gehst. Das ist natürlich doppelt und vielleicht sogar dreifach so viel wie im Cinemax, aber es ist halt ein anderes Kinoerlebnis. Und es sorgt vielleicht dafür, dass das Publikum ein anderes ist. Das ist jetzt gemein, das zu sagen, aber wir hatten da gestern drei Kiddies, die da einen Tumult gemacht haben. Die kamen irgendwann, nachdem der Film schon eine halbe Stunde lief, rein und suchten sich erst mal Plätze. Das heißt, die hatten gar keine Kinokarten für diesen Film, sondern die sind einfach so reingegangen. Dann saß einer neben mir, also mit einem Abstand natürlich, dann ging er wieder weg. Dann kamen zwei Leute zurück und ich denke so, ey Leute, kommt doch mal klar, die waren nicht mal zwölf. Also wenn die zehn waren, waren die alt. Aber naja, egal, interessiert keinen. Guckt keiner nach. Und ja, hat mich ein bisschen gestresst. Kann man sich vorstellen, oder? Naja, ansonsten, Film war okay, war jetzt nicht der Oberburner. Ich glaube, die Szene nach dem Abspann oder zwischen Abspann und Abspann, die war ganz gut. Die hat ja Main gefreut. Aber ansonsten war der Film, naja, Popcornkino. Wir hatten auch Popcorn. Von daher passte das ja. Ja, und mal gucken. Vielleicht schaffen wir es ja nächste Woche wieder ins Kino zu gehen. Aber dann fahren wir mal zur Warschauer Straße. Ansonsten, heute ist wieder Schulung. Neun Uhr geht es weiter, also in etwas weniger als 20 Minuten. Ich hole mir gleich meinen Kaffee und mein Stück Käsekuchen. Und dann gucke ich nochmal durch die Unterlagen, was wir gestern bearbeitet haben. Und dann geht es heute, wie gesagt, weiter mit der Schulung. Und heute Abend, 17.30 Uhr, schätze ich mal, werden wir losgucken. Die letzten drei Folgen der dritten Staffel. Und dann werden wir das, glaube ich, auch erstmal pausieren. Dass ich immer husten muss, wenn ich meinen Vlog aufnehme. Völlig bescheuert. Aber ich habe mich diesmal erinnert, dass ich einen Knopf an meinem Mikro habe, den ich nicht drücken kann. Habt ihr vielleicht sogar gehört, ich weiß es nicht. Ne, auf jeden Fall gucken wir jetzt heute Lost Staffel 3 zu Ende. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal Pause. Ich glaube, sowohl der Bov als auch Frau Ling leiden bei dieser alten Serie doch schon sehr. Vielleicht hilft der Cliffhanger. Ich weiß schon ungefähr, was passiert. Vielleicht hilft der Cliffhanger, sie in die vierte Staffel zu zerren. Aber wenn nicht, dann ist das nicht schlimm. Dann gucke ich das einfach alleine weiter. Ich habe es ja schon mal gesehen. Damals, wo ich in Paris gelebt und gearbeitet habe, habe ich mit Lost angefangen. Und ja, schauen wir mal. Ja, das ist es von mir. Ich gehe jetzt mal in die Küche, wie gesagt, holt meinen Kaffee und den Kuchen und rasieren tue ich mich heute wieder nicht. Und wir sehen uns morgen beim nächsten täglichen Vlog, würde ich sagen. Habt einen wunderschönen Dienstag. Kommt gut durch den Tag, lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund. Und immer mal lächeln. Denkt dran, immer mal lächeln. Also, ich bin weg. Bis dann. Tschüss.